Seit ich die Hausverwaltung Falkler und Griech vor jetzt bald zwölf Jahren übernommen haben, war Heinz Schinner für mich immer einer meiner wichtigsten Geschäftspartner und ich glaube wirklich sagen zu können, durchaus auch schon Freund. Wir haben viel miteinander gemacht, er hat gerade in versicherungstechnischen Sachen ist er mir immer, und es gab keine Ausnahme, mit Rat und dann auch mit Tat, was oft noch viel wichtiger ist, zur Seite gestanden. Und ich freue mich sehr, heute ihm zu seinem 30-jährigen Firmanjubiläum gratulieren zu dürfen.